Musik Super einfach und schnell gemacht ist es her. Wir haben ein paar Pfirsiche geräuchert auf dem Grill mit African Cocoa Smoke Crunches, weiße Spolade rübergerieben, rosa Pfeffer, ein bisschen Aceto und eine schöne Sahnecreme. Mehr braucht es gar nicht für ein leckeres Dessert. Viel Spaß beim Nachgrillen und bis zum nächsten Mal.